Hallo Leute, in diesem Sekundenvideo eigentlich nur ein kleiner Tipp und Ergänzung zu meiner Ausrüstung. Das wollte ich euch nur sagen. Bisher von Nalgene habe ich schon eine Edelstahlflasche und da passt genau dieser Edelstahlbecher von Tatonka rein und die gute Nachricht ist, wenn ihr euch hier diese neuen Weithalsflaschen von der gleichen Firma kauft, auch die passt genau wieder in diesen Becher rein. Das ist natürlich super und somit lässt sich auch diese Kombination super Blattsparen verpacken. Ja, das war es schon zu diesem Teil. Danke. Ciao.